Mann, Mann, da will Wir halten uns schadlos Wir halten niemals still Und der Haifisch, der hat Tränen Und die laufen vom Gesicht Doch der Haifisch lebt im Wasser So die Tränen sieht man nicht In der Tiefe ist es einsam Und so manche terre fließt Und so kommt es das das Wasser In den Meeren salzig ist Und der Haifisch, der hat Tränen Und die laufen Ed eccoci tornati in diretta E questa era Haifisch La prossima canzone che andremo ad ascoltare È un singolo molto famoso dei Rammstein È uscito l'11 di novembre 2011 Si chiama Mainland E qui das Nam Min giorni E qui das Nam E qui das nam E qui das Nam Wohin gehst du? Wohin? Ich geh mit mir von Ost nach Süd Wohin gehst du? Wohin? Ich geh mit mir von Süd nach West Wohin gehst du? Wohin? Ich geh mit mir von West nach Nord Da kommt der andere Rand mit der Fahne in der Hand Mein Land Mein Land Du bist hier in meinem Land Meine Welle und mein Strand Mein Land Du bist hier in meinem Land Meine Welle und mein Strand Mein Land Meine Welle und mein Strand Wohin gehst du? Wohin? Ich geh mit mir von Nord nach Ost Wohin gehst du? Wohin? Ich geh mit mir von Ost nach West Wohin gehst du? Wohin? Ich geh mit mir von West nach Ost Da kommen sie angerannt mit den Fahnen in der Hand Mein Land Sie schreien Mein Land Du bist hier in meinem Land Meine Welle und mein Strand Mein Land Du bist hier in meinem Land Meine Welle und mein Strand Mein Land Meine Palme und mein Sand Ja Eine Stimme aus dem Licht Fällt in dem Himmel vom Gesicht Reiß den Horizonten zwei Wohin gehst du? Hier ist nichts mehr frei Das ist mein Land Das ist mein Land Das ist mein Land Das ist mein Land 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 Der Gruppe di Oggi Rani Ramstein Spero che la nostra tracklist vi sia piaciuta E la puntata di oggi termina qui Io vi ricordo che noi siamo Singers Life Facciamo parte di Sounds Good Radio Roma Futura E per ascoltarci abbiamo sia il sito che su Facebook E spero che ascolterete anche le altre puntate del nostro palinsesso che trattano oltre che di musica anche di altri argomenti come il calcio E noi ci vediamo, ci sentiamo e mi ascoltate la prossima settimana Sempre di mercoledì alle ore 17 Un saluto anche al fonico Lorenzo Loddo al di là dell'acquario E grazie a tutta la redazione e buonasera Rammstein 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 Rammstein